Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Raucher und Kiffer. Wenn euch das Video gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und über ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich gewünscht. Schon wieder gehen Diskussionen los, dass Cannabis legalisiert werden soll. Es kann im Grunde jedem egal sein, ob sich jemand mit Spritzen, Tabletten, Tropfen oder auf welche Art auch immer wegschießen will. Solange jedoch weitere Menschen vom Konsum dieser Drogen beeinträchtigt werden können, was beim Rauchen und Kiffen der Fall ist, ist dem Einhalt zu gebieten. Es ist ein Trugschluss, dass dem Schwarzmarkt mit Drogen damit der Boden entzogen wird. Auf diese neuen legalen Substanzen würden Steuer erhoben werden. Um darauf zu verzichten, ist die politische Kaste viel zu gierig. Entsprechend geht der Schwarzmarkt weiter. Genau wie nicht selten Zigaretten geschmuggelt werden. In diesem Video geht es aber nicht nur darum, dass die Legalisierung von Cannabis ein Fehler wäre, sondern auch darum, warum man nicht rauchen oder kiffen sollte, beziehungsweise wieso das Rauchen und Kiffen viel mehr Verachtung und weniger Akzeptanz haben darf, als es momentan der Fall ist. Mal ganz ehrlich, was hat man davon, sich Mittel für Rauchen konsumierbare Drogen zu kaufen und diese zu rauchen? Die statistischen Zahlen im Beispiel beziehen sich stets auf eine Person. Um es verständlich zu halten, auch auf das Rauchen von Nikotin. Bei zwei Personen im Haushalt verdoppelt sich der Betrag. Beim Kiffen geht es nochmal extrem stark nach oben. Befriedigt es die Sucht, sich etwas zu kaufen? Es wird oft von Kaufsucht geredet. Der unaufhörliche Drang, Geld auszugeben, nur um etwas kaufen zu können. Raucher geben sehr viel Geld aus, um zu rauchen. Kiffer im Übrigen auch. Es müssen die Zigaretten, die Mittel, die Zigarette anzuzünden, gekauft werden. Je nachdem, was und wie jemand raucht, sind Stopfwerkzeuge, Pfeifen, Reiniger, Blättchen, Drehmaschinen, Aschenbecher und vieles mehr erforderlich. Nach der Preisbindung für Tabakwaren liegt der Preis je Schachtel mit 20 Zigaretten zwischen 3,64 Euro und 7,50 Euro. Um die Idiotie des Rauchens aufzuzeigen, reicht es, wenn man den günstigsten Schachtelpreis zugrunde legt. Wie gesagt, bei Kiffern wird es noch erheblich mehr. Die wenigsten Raucher sind unter 10 Zigaretten am Tag, ca. 3% aller Raucher. Damit werden mindestens 15 Schachteln im Monat benötigt. Wer also wenig raucht, gibt mindestens 54,60 Euro im Monat für das Rauchen aus. Das sind 655,20 Euro im Jahr, wenn man wenig raucht. Manche jammern nicht genug zu essen auf dem Tisch zu haben. Verdienst, Rente oder Sozialgelder reichen nicht aus. Bei einem Durchschnitt von 30 bis 35% der rauchenden Einwohner in Deutschland hätte man mindestens 54,60 Euro im Monat mehr zur Verfügung. In einem Haushalt mit 2 bis 3 Personen bedeutet das Nichtrauchen eine Woche Lebensmittel, je nach Marke und Rauchmenge mehr. Manche jammern, dass sie nie in den Urlaub fahren können. Mit 655,20 Euro im Jahr kann man einen schönen Urlaub für zwei Personen bezahlen. Man müsste nur das Rauchen aufgeben und die Ersparnis zur Seite legen. An dieser Stelle will ich nochmal daran erinnern, dass die angegebenen Beträge Mindesteinsparungen im Jahr sind. Viel Raucher mit teureren Marken können über 1300 Euro für einen Urlaub zurücklegen, wenn sie aufhören würden zu rauchen. Und das pro Person. Die Darstellung zeigt, dass Raucher verschwenderisch sind. Geld ausgeben, welches an anderer Stelle eher gebraucht wird. Und die meisten beklagen sich über Gegebenheiten, die sie ganz leicht abstellen könnten, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Stellt euch mal vor, ein Bauer, der einen Schweinestall ausgemistet hat, setzt sich in einem Bus, Zug oder Straßenbahn neben euch. Meint ihr, er riecht nach Rosenwasser? Nein, natürlich nicht. So geht es mir ständig, dass Raucher oder Kiffer mir so nahe kommen, dass ich mich am liebsten übergeben will. Raucher und Kiffer, mögen sie auch noch so parfümiert sein, stinken aber erheblich schlimmer als der bedagte Schweinebauer. Leider sind Raucher extrem rücksichtslos. Die Rücksichtslosigkeit ist jedoch nicht nur an den besagten Stellen, sondern überall in der Gesellschaft anzutreffen. Was bringen Raucherzonen an Bahnhöfen und in Gaststätten, wenn man sie auf dem Weg zum Nichtraucherbereich und auf dem Weg nach draußen durchqueren muss? Wird vor der Türe einer Gaststätte geraucht, muss man ebenfalls durch den Gestank. Der Weg zur Toilette mal ganz abgesehen. Raucher und Kiffer sind derart rücksichtslos, dass sie in der Öffentlichkeit jeden mit ihrem Gestank belästigen und auch noch in gesundheitliche Gefahr bringen. Wer diesen Gestank wahrnimmt, konsumiert passiv diese Drogen und ist genauso gesundheitsgefährdet wie der Raucher bzw. der Kiffer selber. Wie ich eingangs schon gesagt habe, kann es jedem egal sein, wenn durch den Drogenkonsum niemand anderes beeinträchtigt wird. Würden Raucher und Kiffer ihren Konsum auf ein verschlossenes Zimmerlein begrenzen, wo niemand anderes dem ausgesetzt ist und die getragene stinkende Kleidung wäre fern der Öffentlichkeit, wäre die Legalisierung von Cannabis kein Problem. Dafür sind aber Raucher und Kiffer zu egoistisch und viel zu rücksichtslos. Normal müsste im Sinne des Nichtraucherschutzgesetzes auch das Rauchen von Nikotin stärker eingeschränkt werden. Befürworter die Legalisierung von Cannabis stützen sich immer auf das Argument, dass Alkohol doch viel gefährlicher wäre. Diese Aussage stimmt, gibt aber auch einen Grund, die Legalisierung von Cannabis abzulehnen. Mit Nikotin und Alkohol haben wir genug schädliche Substanzen legalisiert. Eine weitere brauchen wir nicht. Abgesehen davon, dass sich Alkohole auch beim Kochen oder einigen Zubereitungen von Speisen natürlich bilden. Cannabis kann genutzt werden als Medikament. Cannabis kann medizinisch genutzt werden, um Leiden zu lindern. Da befürworte ich sogar die Aussendigung auf ärztliches Attest durch einen Apotheker. Die Legalisierung als Genussmittel sollte unbedingt verhindert werden. Vielmehr sollte das Rauchen von Nikotin ebenfalls reglementiert werden. Auch Nikotin nur zu medizinischen Zwecken unter ärztlicher Aufsicht. Genau wie Narkotika, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und viele andere Medikamente. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.